so sind wir wieder unseren kleinen mit dem waldanwesen wir machen jetzt folgendes wir machen jetzt folgendes hier das richtig wichtig ist genug wir haben eine Axt, reicht für eins, reicht für eine Truhe, so, reicht für das Dickies, gut, wir werden jetzt allererstes, ach ja, wir haben noch Angst, Knochen, Knochen, ja, genau, wir werden oben noch ein bisschen ausbauen, und zwar, wir werden eine Etage mit Hals machen, also Halskisten mit allen möglichen Halssorten drin, das wird natürlich schon wieder nacht, natürlich, wie soll das anders sein, auch schon gehen wir mal ganz fix hier in unsere kleine Fahnen, und zwar, oh ok, da ist gar nichts drin, oh ja, so, und zack, gehen zurück, und danach gehen wir schlafen, so, klar, wir abgehen, jetzt Bäume fällen, wo, wo, das oben hin, ähm, das kann noch mal ein bisschen, eigentlich haben wir jetzt genug Bücher, aber das kann noch ein bisschen wachsen, das kann noch ein klitzekleines bisschen wachsen, das ist so viel Hals, so viel Hals, ja, ok, 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 so, ok, so, ja, ja, schon, sicher irgendwo noch ein bisschen heiz drin die kuh ist abgehauen ich wollte so Wir machen erstmal die Holzgut, wie gesagt, dann bauen wir oben nochmal ein bisschen aus. So, die Einzug ist da fein, hoffentlich. So, die sind relativ groß geworden, muss ich sagen. Okay, aber da können wir nicht hoch. Halt, jetzt wollen wir dann nehmen. Ja, ist ja irgendwo noch da jetzt versteckt. Ja, und... Ja... So... 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 Die Erde mal ein bisschen weg machen... So... 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 Ah, hier unten liegt auch noch ein bisschen Krempel. Okay, das sollte reichen, das sollte reichen. So, und zwar, jetzt geht es aber hier hoch. Zack, so. Hm. Hm. Ähm, ja. Ähm. Welcher Ausblick wollen wir denn lassen? Hier ein paar Fenster. Ähm, was können wir denn lassen? Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also wir können ja das hier lassen. So bedeutet, ähm, ja genau. Ähm, wir müssen hier oben auf jeden Fall nach oben, da oben durch. So. Zack. So. Das bedeutet, dass hier oben, ähm, zack, zack, zack. Ähm. Da habe ich der Schlaumeier doch. Oder ich mache das gleich nochmal, wie gesagt, ein Stückchen höher. Ähm. 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 Dann könnte man mich gleich nochmal so ein bisschen... Ok. Da ist mal, die hier oben drüber, die hier oben drüber 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 drüber. Und hier oben könnte man auch nochmal was machen. Hmm. Es würde gehen. Eins, zwei. Eins, so frei, eins, zwei. Eins, frei, eins, zwei. Eins, drei, eins, zwei. Das würde passen, so eins, zwei. Ähm. Zack. Eins, zwei. Ok, wir gehen erstmal hoch, wir gehen jetzt erstmal ganz fix hier hoch, zack, so, und stecken das Ganze hier ein bissel ab, so, zack, ja, genau, zack, 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 und das heißt, hier können wir nochmal ein bissel Überstackung, Ausblick hin machen, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, zack, hm, egal, da kommen keine Türen hin und fertig ist, so, zack, 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 so, zack, 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 z Und zack, na kommst du wohl rein. Wir haben nicht Kontakt. So zack. So zack, zack, so. Wir kommen hier hoch. Dann können wir theoretisch... Ja. So zack. So zack. falsch, falsch, ganz verniedrig. So, dann läuft das hier zusammen, so, dann kann man natürlich hier so zack so ein Dings machen. Achso, ich glaube, unten habe ich noch welche, wo unten habe ich noch Treppen und Eichenholztreppen und Zaun, mal gucken. Das müsste reichen. So, genau. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Ja, weil, so sieht es doch gut aus. Habe ich mein Bett dabei? Hä, wo ist mein Bett? Das gibt es nicht. Okay, so, gleich mal zu Zaun. Ja, weil das kann man machen. Ähm... Zweitspitze. So sieht das doch gut aus, oder? Ja, so sieht das gut aus. Erstmal ein bisschen Licht machen hier oben. Na, zack. So, das sieht ja schon mal gut aus, zack. So, wir... Ich darf halt nur nicht vergessen... So, das wird massiv. Hier kommt das Treppenhaus hin. So, fack. Könnte man natürlich das so machen. So machen. Na, ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Dann können wir hier nicht noch Zaun hinbauen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, zack. So, die Fackeln kommen dann einmal hier oben drauf, zack. Und dann hier drauf. So. Ähm, jetzt kommt natürlich hier oben das, erst mal das hier rein. Äh, wo ist das hier? Ja. So, und zwar, zack. Mh, hm, hm. Machen wir erst mal wieder so wie gewohnt hier oben, zack. So, und zwar. Ja, wie gesagt, es wird ein bisschen baulastig jetzt in den nächsten Folgen. Eigentlich ist das schade mit dem Waldanwesen, aber kann man nichts ändern, nicht? Mittlerweile hat sich das bisschen gelegt mit dem Frust. Also ich hab mal, trotz brech wie ich bin, nachgeguckt. Also in der näheren Umgebung, 15.000 Blöcke, ist kein weiteres Waldanwesen auf dieser Karte zu finden. Heißt also, das hat sich erledigt mit Waldanwesen. Wir werden natürlich dann demnächst nochmal in den Netter gehen. So, zack, zack. Ähm, wir können natürlich nochmal gucken, hier ein bisschen was reinbauen. Ähm, zack. So. Ja, damit ist die Etage ebenfalls fertig. Ähm, werden wir noch unten auch nochmal? Ne, brauchen wir nicht, oder? Würde ich jetzt nicht machen. Lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Ähm, was ich jetzt nochmal lohnen würde, wäre nochmal ein paar Kisten zu machen. Ähm. Ähm. Jo, 10 Stück. So. Jetzt gehen wir erstmal nach unten. Ähm, ja. Achso. Wirke. Ne. Ähm. Ähm. Jetzt brauchen wir noch nicht. Ähm. Die Zäune. Wir brauchen. Einmal 64. So. Und zwar. Wo ist unser... Wo ist unser... Hm. Jetzt ist der Scheiß wieder oben. Ach. Ich bin... Jetzt kommen wir nach unten mit. So. Und zwar. Hm. Frauen... 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 Wirken... Letak-Spiegel. Okay. Gut. So. Wir haben... Jetzt müssen wir die Verbrauchmulte, nehmen wir mal 3, 6, 12, 1, 2, 3, da. Das kommt da oben hin, das kommt da hin, so. Zaun. Ja, wir machen erst mal das so hier. Wir machen jetzt erst mal hier so eine Truhe. 1, 2, 1, 2. Eigentlich müsste man halt 1, 2. Ach, eigentlich müsste man das schon wieder abgreifen hier. Das ist doch schon wieder komplett falsch, was ich gemacht habe. Aber zack, so. Hm. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4. Und zack. 1, 2, 3, 4. So. So. Und zack. 1, 2, 3, 4. So oben drüber. Jetzt wird man natürlich die Halben hinmachen. Ähm. Jetzt aber brauchen wir gerade nicht. Ähm. Oben drüber die Halben. Und dort oben drauf kommen die Kisten. Ähm. Zack. So. Dann hätte man hier nochmal ein schönes Lager. Zack, zack. Und. Zack. Zack. Und. Zack. Machen wir jetzt hier nochmal. Ähm. Ja. Zack. Und. Zack. So. Jetzt haben wir schon wieder keine Kisten mehr. Also nochmal Kisten machen. 1, 2, 3, 4. Zack. 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 Jo, das sieht jetzt mal super Pony-Pee-Bild aus, aber das ist mir relativ egal. So. Jetzt haben wir doch hier schon mal einen gescheiteren Fakt. Wie war das? Wo bist du, Skelett? So, sollte ich das hier noch ein bisschen verstecken? Oder? Ja, eigentlich schon, oder? Ähm. Wieder rundherum eiern. Ähm. Zack. So. Ähm. So. Ja, können wir noch eine Kiste drunter packen. Hm. Mach ich das hier nochmal andersrum. Gucken. Ähm. So rum. Wie schaut das aus? Ne, das sieht schreibendleister mäßig aus. Okay. Gut. So. Ja. Das gefällt mir nicht so. Ähm. Ja, ich schau gleich auf mit der Folge. Ähm. Zack. Zack. So. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ähm. Wie viele haben wir jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei. Ähm. So. Machen wir jetzt hier nochmal so was rein. Oder. Ja. Das sieht doch gut aus. Ähm. Ja. Wir machen nochmal ganz viel. So. Und zwar. Halt. Ähm. Was macht die Stickies? Ähm. Ähm. So. Also. Wir nehmen jetzt hier zwar keine frächtigen Fenster. Aber. Boah. Ich denke mal, das kann sie sehen lassen. Wollen wir das hier drüben auch so machen? Weiß ich nicht. Hm. Hm. Machen wir hier einen Dreier und nochmal einen Dreier. Oder? Also. Was drüben. Ähm. Also. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Ähm. Dann kommt das hier dazwischen. So. Eins, zwei, drei. So. Nimm mal drei. Eins, zwei, 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 drei. Zack. Und. Jawoll. So sieht das gut aus. Und hier. Kann man nochmal ein bisschen zumachen. Das stört. Äh. Hier sieht man. Hier ist eh nix. Bescheid. Hm. Ja. Mach mal zu. Zack. So. Und da kann man hier nochmal eine kleine Kiste hinmachen. Ja. Genau. Hm. Dann ist das rechtsbrauch ein bisschen blöd hier. So. Hm. 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 Zack. Ähm. Zack. 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 So. So. Ach. Ich mach jetzt mal fix eine Axt. Eins, zwei, drei. Und danach machen wir erstmal fix Feierabend Mittagsfolge. Und dann. Äh. Das kommt mal fix weg hier. Zack. Zack. So. So. Genau. Joa. Das sieht doch schon gut aus. Oder? Mach mal da noch Hackel hin. Und da noch Hackel hin. Ähm. Mach mal unten noch was hin. Äh. Halt. Das sind die Kürbislaternen. Da. Sind die Kürbislaternen. Da eine drauf. Und. Da eine drauf. Und. Da eine drauf. Aufbauen. Und. Genau. Und dann hör mal mit dieser Folge auf. Bis zur nächsten Folge dann. Bye Bye.